Nimm erstmal einen tiefen Atemzug in deinen Bauch und spür hinein, wie sich die Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt. Und lass deine Atmung mit jedem Atemzug immer tiefer werden. Die Ressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl setzt auf Yoga, um ihre eigene Beweglichkeit, Balance und Konzentration beim Reiten zu verbessern. Die Dehnungsübungen im Zusammenspiel mit dem kontrollierten Ein- und Ausatmen durch die Nase fördern außerdem die Fitness. Also vor ein paar Jahren bin ich mal auf einem Pferd gesessen, das hatte einen unheimlich großen Trab. Und ich dachte mir da oben, also entweder muss ich jetzt ein bisschen langsamer reiten oder weniger schwungvoll, weil ich kann es nicht wirklich sitzen. Ich störe das Pferd. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann jetzt nicht von meinem Pferd verlangen, sich wie ein Tänzer zu bewegen, wenn ich nicht mitschwingen kann in der Bewegung und nicht der richtige Tanzpartner dafür bin. Und habe dann an dem Tag für mich entschieden, dass es so nicht weitergeht und ich mich nicht als Profisportlerin darstellen kann, wenn ich nicht in der Lage dazu bin, die Bewegung des Pferdes echt mit zu schwingen und abfedern zu können. Und habe dann an dem Tag vermehrt mich auf meine körperliche Fitness konzentriert, unter anderem eben auch mit Yoga angefangen und gemerkt, dass ich viel flexibler und beweglicher geworden bin. Gemeinsam mit ihrer Mutter und Yoga-Lehrerin Michaela Werndl zeigt sie für Reiter Revue International einige leichte Yoga-Übungen. Also komm aus dem Vierfüßlerstand, jetzt stütze ich auf deine Zehen ab und komm in den abschauenden Hund. Das heißt, die gesamte Körperrückseite wird dabei gedehnt, was für das Reiten natürlich enorm wichtig ist. Die Beinrückseite und die gesamte Wirbelsäule. Dabei entspannt sich der Nacken und du spürst die gesamte Länge deines Körpers. Yoga beeinflusst das Reiten aber noch darüber hinaus. Yoga ist eigentlich Wahrnehmung und hat das ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Also erstmal werde ich mir meines eigenen Körpers bewusst und somit kann ich natürlich viel bewusster auf das Pferd einwirken und viel feiner. Die Hilfen werden viel feiner. Wenn ich mich selber mehr spüre, dann kann ich auch das Pferd besser spüren. Wichtig ist, nach vorne ausgerichtet und auch hier wieder Schultern weg von den Ohren und noch tiefer kommen mit der nächsten Ausatmung und noch mehr öffnen mit der Einatmung. Und jetzt mal den Blick zum Himmel leuchten. Die Reiterin erklärt, worauf hier zu achten ist. Dass die Schultern weg von den Ohren sind, dass die Hände gestreckt sind bis zu den Fingerspitzen und der Blick geht über die Hand nach vorne. Und ich öffne meine Hüfte und stelle den hinteren Fuß schön am Boden ab im 45 Grad Winkel. Wichtig ist dabei, dass die Arme in Verlängerung voneinander sind und dass das Bewusstsein dabei auch auf den hinteren Arm gelenkt wird, ohne dass man den sieht. Das Wichtigste dabei ist, den Nacken locker hängen zu lassen und dann einfach Kontakt aufzunehmen mit den eigenen Beinen. Jessica von Bredow-Werndl verrät einen Trick, um die Dehnung Schritt für Schritt zu erreichen. Also man ist mit dem Oberkörper an den Oberschenkeln und dann wandelt man einfach nach vorne und der Bauch bleibt einfach an den Oberschenkeln. In dieser Übung steht die Drehung der Wirbelsäule im Vordergrund. Einatmen nach oben, ausatmen, drehen. Diese Übungen helfen auch zu entgiften. Alles was die Wirbelsäule flexibel macht, schenkt dir selbst ein Lächeln. Was ist das Wichtigste dabei? Ja. Ist das Wichtigste dabei? Was ist das Wichtigste dabei?